Haben wir die Dings? Wo ist sie? Auf der Wickelkommode Achso, ich hab fotografiert Ich hab sie gemacht Mach was du willst Ich hab die Weißfotos Kannst du ruhig benutzen Hey, kommt mal wieder alle schön ins Haus hier Los, rein Put, put, put Hallo, rein 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 mit dir, los Ich kann mal das erste Opfer wiederbeleben Nein Probiert ihr mal die Tür aufzumachen Okay, wenn ich die Tür jetzt aufkriege Dann lache ich Okay Nein Benni, du hast das Spiel kaputt gemacht Oh, komm ich raus Ihr müsst alle sterben Hä? Ihr müsst alle sterben Ich habe die Macht Ja, mach, Ryo ist drin Nee Du hast wieder rausgerannt Rein mit dir Ich hab mich grad gesehen, wo du die Hand hingeworfen hast Rein mit dir Okay Okay, ich geh rein, aber Oh wow Der hat alle Sanity gefressen Hoffentlich griffen Sanity Schock, ey Okay, ich hab den Geist gesehen Du bist tot Ich hab doch getötet Siehste, das passiert, wenn man mir die Affen haben klaut und mir den Tod wünscht Karma Karma schlägt heute zu Definitiv Oh Oh Ich glaub wir haben eh mehr 5 Na, 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 na Nein, 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 nein Nein, nein, nein Gib mir deine Tampons los Oh Gott, das hört sich falsch an Ich brauch aber auch Tampons Ich brauch aber auch Tampons Okay, das hört so Doc hat gesagt, ich bin männlich und weiblich Also ich brauch auch Tampons Nur weil du ne Capshopflasche zwischen den Beinen tust, heißt das noch lange nicht, dass du welche brauchst So Ich weiß auf wen es hört Ich weiß welcher Geist das ist Ich auch Ich hab bei Doc reingeschaut Verdammt Ich hab bei dir reingeschaut Verdammt Das ist ja unfair Ich weiß bloß wieso nicht, welchen Geist wir haben Kann der endlich mal handen? Achso, Ryo will räuchern und ja Erzähl mal nicht 4 Dinger reingeflößt Ja Geh hoch, hoch, hoch Also er hat auf jeden Fall schon mal Geräusch hat Hoch, links, hoch Nicht dahin hoch Wo bist du denn hoch? Ja weiter hoch, ja Weiter Warum nicht? Weil man sich nicht mehr hinter den Türen verstecken kann Ab durch die Mitte Ich geh nicht alleine Ich geh gegen den Baum Ich geh nicht alleine Ich geh nicht alleine, ich geh dem Baum Was, Hand? Was, nein Nein Wer hat das Ding zugemacht? Ich hab aus Versehen Achso Ich hab verwechselt mit Ziehen und Rücken Ja, vor allem hinter mir Ja, ich hab Ziehen und Rücken vertauscht Und verdingsbummst Verwechselt Verwechselt Ich frag dann lieber nicht, wie es mit der Tampons passt Das willst du nicht wissen, Babelskron Ne, also ich denk mal, er ist dann oben Das ist ein klassisches Arbeiten Das ist ein klassisches Arbeiten Ich könnte das ziehen und das drücken Und das drücken Oh Oh Otterbabies, 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 Otterbabies Süßig, geiler Otterbabies Ja Die möchte ich da unten auch nicht ziehen und drücken Oh Der Baby schafft auch das kaputt zu machen Der schafft mir, ja, er schafft Aber was ist Ich bin so schnell Ich krieg heute noch das Sunny Meadows Her Stick Ich komm nicht mehr aus dem Bett raus Wo bist du? Ich hab auch den Hand Oh Ja Campsite Ich mag Campsite Dann bleib starr Wir fahren wieder ab Am Eingang Dazu müssen wir ja Wohin Wo? Genau vor mir kam er Ich hab aus Reflex Fotografiert Ich weiß aber nicht, ob es gezählt hat Interaktion Ah Hinter mir Das war jetzt ein Geist Wir haben wieder ein Geist Weg mit dir Lachen vor her Jetzt eine Runde rückWärts Wie roll Wie lief Bei den Unbitterfliegen Hund declok Das sieht falsch aus inary Hilfe bin der einzige das animiert aus will leider meine letzte dose mit wie ich auch nur den resten aufmachen konnte ja der papa plötzen gs worauf willst du drücken sie hat mir die glocken geklaut die leiern schon wieder nein sind die das glück die klingen dann wie macht das raum ich kann auch ohne hände klatschen und dann schüttelt man die hüften und der baby sonne baby sonne baby sonne war da nicht immer drei stück das fleisch ich habe mir die hose gepiechert ich habe weil du mir das fleisch ich krabbel auch und an der ohr platz ist sowas ich habe mir das fleisch ich habe mir das fleisch ich habe mir das fleisch